Ich bin hier um etwas zu verändern, weil die Welt es wirklich nötig hat, dass sich Leute dafür einsetzen. Das ist mein großer Traum, warum ich hier bin. Einfach sein, einfach existieren. Wir können leben und lieben, wen wir wollen und dafür sollten wir kämpfen. Liebe ist die Grundlage für alles. Und ich finde, das sollte im Vordergrund von vielen Dingen stehen. Liebe ist Liebe. Alle sind drauf und alle stehen für eine Sache. Und so was Schönes, so was Positives. Und es macht einfach Spaß. Und man merkt allen an, die hier sind, dass sie das teilen. Wir müssen sich mal sein. Dies ist nur an dem Tag, der es siehst. Sondern auch an allen anderen 364 Tagen im Jahr. Sagen wir gemeinsam, nein, sagen wir nur. Happy Pride, der CSD Berlin ist eröffnet. Bis zum nächsten Mal. Mal haben! Bis zum nächsten Mal! Ooh Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020